Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Testbericht von mir. Heute stelle ich euch mal wieder einen Teil von meinem Studio Equipment vor, beziehungsweise diesen Field Monitor hier. Den werde ich in meinen Rig montieren, beziehungsweise an meinen Rig. Das habe ich ja bereits in ein paar Videos erwähnt, in den letzten. Und wenn das Rig dann letztendlich fertig ist, dann stelle ich euch das alles auch nochmal vor. Da gibt es auch noch ein Video. Das Video ist noch in der Mache, weil wie gesagt, die Teile bin ich gerade noch am Zusammenstellen und am Kaufen. Und das wird auch ein Teil von meinem Rig sein. Das ist ein Field Monitor. Mit dem kann man quasi das Kamerabild, also von der Kamera kann ich das Bild hier drauf übertragen und kann den Monitor dann ausrichten und der ist größer als der Kameramonitor. Das ist glaube ich 5 Zoll, also ja 5 Zoll, genau 5 Zoll. Hier steht es auf 5 Zoll On-Camera Monitor, F5 und der ist 4K fähig. Also ich habe ja eine Lumix G81, die gibt ein 4K Signal ab. Der Monitor selbst kann kein 4K darstellen, aber er kann es verarbeiten und darstellen. Darum geht es, das ist wichtig. Und den Monitor werde ich mir jetzt anschauen. Im ersten Schritt schauen wir auf die Verpackung. Da ist jetzt großartig keine Info, außer hier Hersteller. Und ja, Infos gibt es jetzt hier weitere nicht. Deswegen beginne ich jetzt hier auch direkt mit dem Unboxing. Werde euch dann im Laufe des Videos alle Details und alle technischen Daten hier genau zeigen. Hier oben eine Dankeskarte. Dann haben wir hier als erstes, das ist eine Sonnenblende. Denn wenn ihr den Monitor draußen einsetzt, da werde ich auch wieder Testaufnahmen machen. So wie ich das bei meinem anderen Monitor von Lilliput gemacht habe, den ich besitze. Das ist eine Sonnenblende. Per CREP wird die befestigt. Und den Monitor nehme ich jetzt auch mal heraus und die Anleitung und das ganze Zubehör, damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Und das hole ich jetzt alles erstmal hier heraus. So. Als nächstes, es gibt hier ein Ladegerät. Das ist ein Ladegerät für einen Akku, denn der Monitor kann mit einem Akku betrieben werden und der Akku ist hier dabei. Den lege ich jetzt beiseite. Dann schaue ich kurz in die Anleitung. Das ist das User Manual. Da blätter ich mal kurz durch. Deutsch und Englisch. Es gibt hier also auch einen deutschen Teil. Hier, Tastenbeschreibung, Installationsmethode, alles bebildert hier. Erklärt die einzelnen Modi, die ganzen Funktionen, die es hier gibt. Ja, da werde ich auf jeden Fall auch noch reinschauen und später mehr. Als nächstes gibt es hier dann ein USB-Kabel auf Micro-USB. Und hier drin befindet sich der Field-Monitor. Ihr seht schon, der ist etwas kleiner. Ich habe auch noch einen Monitor, der ist fast doppelt so groß. Aber ihr müsst natürlich überlegen, wenn ihr den mobil einsetzen wollt, dann frisst er mehr Strom, umso größer er ist. Das ist natürlich logisch. Und 5 Zoll, das reicht hier eigentlich aus. Hier ist noch eine Display-Schutzfolie drauf. Der hat hier Kopfhöreranschlüsse, USB-Anschluss, DC-Out, also man kann den auch mit einem Netzteil betreiben. HDMI, In und Out, DC in 12 Volt. Hier oben haben wir verschiedene Tasten. F1, F2, Vor-Zurück-Menü, runter, an und aus. Und auf der Rückseite, wichtig, hier sehen wir, hier kann ein Akku eingesetzt werden für den mobilen Betrieb. Ja, hier ist dann noch der Release, also da kann man den Akku dann rausnehmen. Und hier unten haben wir noch einen Gewinde. Da gibt es noch eine Halterung für, die werde ich euch später auch zeigen. Das ist besonders praktisch für das Rig, wo ich das Ganze dann befestigen werde. Den Monitor lege ich jetzt mal beiseite. Und jetzt kommen wir zu den weiteren Zubehörkabeln und so weiter. Hier haben wir noch ein HDMI-Kabel beilegen und zwar normales HDMI auf hier Mini-HDMI. Das seht ihr jetzt hier auch. Dann haben wir noch ein Kabel und zwar dieses hier. Das ist HDMI auf, das ist glaube ich, Micro-HDMI. Und bei mir ist es so, an meiner Kamera selbst ist hier so ein Micro-HD-Anschluss zum Beispiel. Diese größeren Anschlüsse gibt es dann woanders, aber bei Kameras zum Beispiel hat man oft solche kleinen. Damit kann ich das Ganze an die Kamera anschließen. Jetzt haben wir hier die Batterie, beziehungsweise den Akku noch. Der Akku ist hier dabei. Es gibt sehr viele Field-Monitore, wo ihr die Akkus separat kaufen müsst. Zum Beispiel der von Lilliput, den ich besitze und den ich ja auch fürs Filmen benutze, damit ich sehe, wo meine Hand sich befindet. Da war kein Akku dabei. Der ist hier dabei. Das ist ein 7 Volt, 2200 mAh Akku. Und das Ladegerät, wie gesagt, ist hier auch dabei. Und das Ladegerät könnte dann mit dem USB-Kabel einen Strom anschließen. Der Akku wird hier eben eingelegt und dann geladen. Okay. Als letztes haben wir dann noch die Halterung. Denn, das habe ich euch ja bereits gezeigt, an der Seite gibt es so ein Gewinde. Das hier ist die Halterung. Also die ist erstmal aus Metall, stabil. Hier unten ein Rad. Das hier ist ein Blitzschuh quasi. Das kommt in den Blitzschuh. Das ist quasi die Halterung. Und hier oben haben wir dann noch einen Blitzschuh an der Seite. Hier ist so eine Schraube. Und das ist es so. Die kommt hier seitlich rein. Das zeige ich euch gerade mal. So wird der Monitor nämlich dann befestigt. Das schraube ich jetzt hier mal vorsichtig rein. Das ist nämlich die Halterung. Das heißt, erstmal kann ich hier das Ganze rotieren. Ihr seht schon, ich kann das Ganze hier im Winkel rotieren. Das ist äußerst praktisch, um das Ganze auszurichten. Je nachdem, wo ihr halt gerade auf den Monitor guckt. Das Ganze hier wird am Blitzschuh befestigt. Hier kann man das Ganze noch, wie gesagt, dann nochmal fixieren. Dann richtig festschrauben. Und hier ist auch noch ein Blitzschuh mit Gewinde. Der Lieferumfang ist hier auf jeden Fall umfangreich. Das muss man auf jeden Fall sagen. Diese Sonnenblende, die ihr habt, die kann man hier noch so drumherum kreppen. Das mache ich jetzt gerade auch mal. Ich muss mal ein bisschen gucken. Ich gucke hier gerade von der Seite. Das ist ein bisschen blöd. So, das ist der Sonnenschutz. Denn wenn der natürlich spiegelt und Sonne scheint, dann kann man hier besser diese Spiegelung und das Licht fernhalten. Dann sieht man hier besser. Ja, das war jetzt hier auch schon der Lieferumfang. Wie gesagt, haben wir hier den Monitor. Wir haben die Akkus. Wir haben hier die Kabel. Ich klicke das jetzt gerade alles einmal hier hin. Und das war es jetzt hier vom Unboxing. Wie gesagt, werde ich mir den Monitor jetzt sehr genau anschauen. Ich werde damit, ich werde den an meinen Rig anschließen, an meine Kamera. Und ich werde den auch mal draußen filmen, quasi damit ihr seht, wie sich so die Spiegelungen geben, wenn man da ein bisschen draußen eben mitarbeitet. Und wie immer gibt es dies und mehr nun im Anschluss. Der Monitor. Jetzt schauen wir uns einmal alle Elemente des Monitors an. Der Bildschirm selbst ist zuerst einmal 11 cm breit und ca. 6 cm hoch. Es ist ein 5 Zoll Monitor. Er wiegt samt Halterung und Sonnenblende ca. 242 Gramm. Der Monitor komplett alleine ist 152 Gramm schwer. Das Gehäuse ist etwa 1,7 bis 2 cm dick. Allerdings ist der Monitor insgesamt um einiges tiefer, da der Akku und die Sonnenblende natürlich noch dazukommen. Die Verarbeitung wirkt solide und für einen Preis von etwa 160 Euro finde ich sie gut. Der Monitor ist aus solidem Kunststoff gefertigt, fühlt sich aber wertig an. Das Gewinde auf der rechten Seite, dort wo die Halterung befestigt wird, ist aus Metall. Die Halterung selbst besteht komplett aus Metall bzw. Aluminium. Die Halterung passt auf den Blitzschuh einer Kamera und wird mit dem Rad fixiert. Außerdem hat die Halterung seitlich auch nochmal einen Blitzschuh. Die Halterung ist auf jeden Fall super stabil und massiv. Den Teil mit dem Gewinde für die Halterung am Monitor können wir abschrauben und dann auf der längeren Seite wieder anschrauben. So lässt sich der Monitor vertikal ausrichten. Das ist aber auch noch praktisch, wenn ihr eine eigene Halterung verwenden und diese eben unten und nicht seitlich befestigen wollt. Der Monitor kann in der Halterung rotiert werden, indem wir den Hebel auf der Seite leicht lockern, den Monitor in die gewünschte Position bringen und dann den Hebel einfach wieder anziehen. Das ist auf jeden Fall super praktisch, um den Monitor schnell auf den perfekten Winkel der Augen auszurichten. Um den Monitor herum gibt es einen Rahmen mit kleinen Häkchen. Diese dienen dazu, um die mitgelieferte Sonnenblende zu befestigen. Wenn ihr den Monitor am Freien nutzt, ist das auch sehr empfehlenswert, doch dazu komme ich später noch im Detail. Der Akku für den Monitor samt Ladegerät ist auch dabei. Den Akku habe ich direkt aufgeladen. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED am Ladegerät rot auf. Ist der Akku dann voll geladen, so wird diese LED grün. Um den Akku einzulegen, muss der Schalter auf der Rückseite gedrückt werden und dann wird der Akku eingeschoben. Dazu gibt es zwei Kontakte. Anfangs ist das aufgrund der runden Kontakte etwas ungewohnt, funktioniert bisher aber ganz gut. Wie lange hält der Akku jetzt? Das habe ich auch einmal getestet und dazu habe ich den Bildschirm an die Kamera angeschlossen und die Kamera aufs Fenster ausgerichtet. Die Akkuanzeige ist, wie so oft, etwas ungenau. Das heißt, nach ca. 1,5 Stunden war der Akku bei 50%, nach 2 Stunden bei 10% und nach 2 Stunden und 15 Minuten war er dann komplett leer. Er hält also etwa 2 Stunden auf 90% Bildschirmhelligkeit. Der Monitor hat mehrere Anschlüsse. Linksaußen gibt es einen HDMI-In und einen HDMI-Out. Über den HDMI-In wird der Monitor mit der Kamera verbunden. In meinem Fall ist das die Lumix G81. Es steht auch ein DC-In, 12 Volt, zur Verfügung, um den Monitor direkt an den Strom einzuschließen. Das Netzteil dafür ist aber nicht dabei, das müsst ihr separat kaufen. Auf der Unterseite gibt es einen DC-Out mit 8,4 Volt. Hier könnten wir eine Digitalkamera anschließen, um diese mit Strom zu versorgen. Natürlich muss man da vorher prüfen, ob die Spannung zur Kamera passt. Dieses Feature werde ich aber nicht nutzen, da ich da keinen Sinn drin sehe. Der Akku des Monitor geht dann nämlich noch um einiges schneller leer. Als nächstes kommen wir zum 3,5 mm Klinkanschluss für einen Kopfhörer und daneben befindet sich der Upgrade-USB-Anschluss. Auf der Oberseite befinden sich 8 Tasten. Die Tasten F1 und F2 sind programmierbar und können mit Funktionen wie False Colors, Histogramm oder Zoom belegt werden. Was es da für Funktionen gibt, zeige ich aber noch genau in einem separaten Video zu diesem Menü. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Direkt daneben befindet sich die Navigationstaste links und rechts. Als nächstes gibt es eine Tast, um das Menü aufzurufen. Im Menü navigieren wir mit den Pfeilen links, rechts, hoch und runter. Der letzte Knopf ist der Power-Knopf, um den Monitor an- und auszuschalten. Bei der Übertragung des Bildes gibt es natürlich eine minimale Verzögerung. Um das zu demonstrieren, habe ich den Monitor gefilmt. Der erste Monitor im Monitor selbst ist dabei zu beachten, um die Verzögerung zu beurteilen. Der Rest ist dann, ja, wie soll man sagen, Monitorception. Diese geringe Verzögerung stört mich nicht wirklich in der Praxis. Wie bereits erwähnt, ist der Bildschirm nicht entspiegelt und ich habe deswegen einmal einige Aufnahmen im Freien gemacht. Diese schauen wir uns jetzt an. Wie ihr seht, habe ich die Sonnenblende für die Aufnahmen selbstverständlich montiert. In dieser Aufnahme hatte ich ein Haus im Rücken und die Spiegelung ist gering. Wenn man schräg von der Seite auf den Monitor schaut, sind die Spiegelungen logischerweise stärker, bzw. sehr stark. Das ist aber eigentlich nicht die Art und Weise, wie der Monitor eingesetzt wird. Im Normalfall ist der Monitor an einer Kamera oder einem Rig montiert und eine Person steht dahinter. Dadurch werden dann die meisten Spiegelungen schon blockiert. Ich habe das einmal mit der Kamera simuliert. Anfangs im flachen Winkel sind die Spiegelungen noch stark und wenn ich mich dann aber in die Position begebe, in der ich auf den Monitor schaue, dann sind sie so gut wie weg. Für diesen Preis finde ich das alles völlig in Ordnung. Mein Fazit Für 160 Euro gibt es einen 5-Zoll-Monitor inklusive Zubehör und samt Akku mit Ladegerät. Bei vielen anderen Modellen muss ein Akku und ein Ladegerät für mindestens 30 Euro dazu gekauft werden. Ihr könnt auf Amazon gerne einmal selbst nach NPF 550 suchen, das ist die Modellbezeichnung dieses Akkutyps. Der Monitor ist sehr leicht und wirkt für den Preis allgemein gut verarbeitet. Das Display erreicht eine gute Helligkeit und so ist er auch im Freien nutzbar. Das Display ist nicht entspiegelt, was ihr ja bereits gesehen habt. In dieser Preisklasse wäre das wohl auch zu viel erwartet. Wie der Monitor sich generell verhält, habe ich vorhin bereits in Testaufnahmen gezeigt. Ich bin mit dem Monitor bisher sehr zufrieden. Wenn sich da mit der Zeit neue Erkenntnisse ergeben sollten, dann werde ich diese im Testartikel nachtragen, weil das Video kann ich im Nachhinein logischerweise nicht mehr bearbeiten. Ihr wisst nun auf jeden Fall über das Bescheid, was man wissen sollte. Ich persönlich werde den Monitor an meinem CamVade Rig nutzen. Das Rig seht ihr hier im Bild. Einen Test zum Rig und zu dem Stativkopf hier im Bild wird noch in den nächsten Wochen folgen. Es handelt sich beim Kopf um einen Benro BV4 Fluid Head. Das war ein weiterer Testbericht von mir und ich hoffe, er hat dir weitergeholfen. Den Link zum Testartikel und zum Produkt findest du in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Schon zum nächsten Video.